Trauer bei Mitschülern, Freunden und Familie. Vor den Augen mehrerer Schüler verunglückt ein junger Oberösterreicher tödlich. Der 15-jährige Mopedfahrer aus dem Bezirk Rieskirchen ist dienstreich früh auf dem Weg zu seiner Schüler in Brambachkirchen im Nachbarbezirk Efferding tödlich verunglückt. Das berichtet die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Dem Nachfuhr der Bursch auf einen angehaltenen von einer 42-jährigen gelenkten Pkw auf. Das Mofa wurde in einen entgegenkommenden Wagen eines 54-Jährigen geschleudert. Der 15-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, er starb an der Unfallstelle. Die beteiligten Personen wurden danach vom Kriseninterventionsteam betreut.